So und weiter geht's. Wo seid ihr lang gelaufen? Runter. Ich bin gerade gestunnt hier und gekillt. Super. Seht ihr, dass es der richtige Weg ist? Ziemlich. Wir sind immer entgegen. Ja, das geht um den Felsen hinten rum. Weiter. Ich glaube, ich weiß, welcher Vater das ist. Ich meine, das ist der Boss, wo man jetzt gleich sich hinter so Binks verstecken muss, aber... Siehst du die Hügel hier? Also ich meine, hier ist gleich ein Boss mit so Sachen, wo man sich hinter verstecken kann und der macht immer so einen bestimmten Angriff, wo man sich dahinter stellen muss. Dann werden die Wachen zerstört. Äh, ne, ich bin voll schade. Wir müssen uns dann gleich hinter dieser Strohbeine, was das da sind, immer verstecken, wenn er so bestimmte Wachen macht. Okay. Ja, wir warten noch auf Mike. Okay. Ja, ich bin voll. Ja, ich bin voll schade. Okay, danke. Danke, danke. Schade, da komme ich durch. Ich dachte, da könnte man durchlaufen. Ist da noch so ein... Nach dieser Altarzt-Schlange der Vogel, oder? Ja, da steht einer, genau. Wir sind ja schon wieder Explosionsminen. Ja. Ich bin down. Sag mal, wo soll ich hier hin? Und da sind Gegner. Was, da sind Gegner? Ja, da sind Gegner. Ich weiß ja nicht, wo ich lang soll. Ich lauf da herum und sterb. Moment, ich bin auf dem Weg. Ja. Toll, die Mine. Ich heil mich und was ist? Die Mine explodiert einfach weiter. Hier kommt tatsächlich wieder eine ganze Schar und Gegner an. Ja, neu gespawnt, ja. Toll. Fuck. Ja, ich bin gerade gestunnt und sterb gleich wahrscheinlich. Boah. Ich muss mich auch hinterher gelaufen, oder? Boah. Ich hole mir was zu essen. Ja gut, sich einfach was zu essen. Schlange der Wogen. Jetzt Ziel genommen. Die Schlange ist im falschen Dungeon. Das ist nicht Ziel der Wogen hier. So, und jetzt am besten hier an der Seite längs, damit wir die Viecher nicht anglappen. Das müssen wir nochmal Mario finden. Jetzt kommen die auf der Seite hier längs mal schier. Doch, ne. Ist das vorbei? Mario, bist du zu? Ach ne, du wirst was zu essen haben. Was willst du denn wissen? Wo du liegst, aber du liegst natürlich genau in der Gegnerharde. Ja genau. Auf dem Weg, ähm, direkt hinter dir war ich ja. Ja, geil. Sie haben mich gefunden. Und jetzt werde ich perma gestunnt. Ja, das war's. Ich muss auch wieder belebt werden. Oh, ich muss auch nicht gehen. Doch, ich mach's wieder gut. Alter. Gleich nochmal, oder was? Ja. Ich werde auf ihn zu schlagen, ey. Ich bin grad den... Ich belebe ihn gerade wieder. Ach, John, da kommen noch mehr. Scheiße. Ähm, ich konnte mich nicht mehr bewegen. War bewegungsunfähig. Ich bin down. Mann ey, diese Stun... Diese Mechaniker sind doch kacke, ey. Ich lebe wieder. Ja, weiter. Ich bin, ich bin down. Mir wurde die Kontrolle des Weiterspiels, äh, genommen. Jo. Ja, ich bin jetzt auch misshanden worden. Schön. Wir haben es geschafft, beim Rückwärtslaufen tot zu gehen. Ah, was können wir eigentlich? Den Boss schaffen wir, aber wir kommen nicht durch ein Minenfeld mit Gegnern. Wir waren schon durch. Wir mussten nur auf jemanden warten, der dann gestorben ist. Was sagt dir das, Mike? Ja, Mario ist ja gestorben. Nee. Ich hab's ja durch geschafft, nachdem man mich wieder belebt hat. Mach dir ja voll den Cartman, ey. Ich weiß ja nicht, warum Mario gestorben ist. Da kann ich ja nix für. Ich hab ihn ja nicht gesagt, belebt mich wieder. Marc ist ja losgelaufen. Wer lebt denn eigentlich noch? Könnt ihr ja schneller sterben, damit wir noch, damit wir uns zum Weg beschreiten. Genau. Wieso lebt es denn gleich wieder? Wo bist denn du überhaupt? Er lebt. Ja, offensichtlich nicht mehr. Ah, wir können. Wir wem. So. Und jetzt am besten alle mit. Auch Mike. Wir können uns nur ein bisschen kennen. Wir können mal wieder. Ja, geil. Ja, ja. Ja, geil. Wir kennen uns immer wieder so raus. Wir sind doch auch mit diesem Kut. mario du hast sie mir so lange geschickt dass sie mir den weg abgeschnitten haben man das kann doch nicht so schwer ist ja ich warte einfach mal bis sie da wieder abziehen mario hör auf zu essen spiel ordentlich müsste da noch mal durchlaufen dann mach das vorredest du mag tja ja wir warten scheiße wir lernen ja nicht mehr das andere und man kann wunderbar langlaufen oder ein einzigen gegner zu holen teamkollegen umzubringen aber hier der fahrer wurde ja irgendwie so was macht und wir alle dann hinter die strohballen müssen und die werden auch dort in der zeit zerstörte strohballen haben wir auch revolver du musst mit deinem eigenen revolver klark dämonen und tiefe entdeckt okay er hat mich einfach erschossen passiert wenn man mit schwert mit einer axt auf den gegner losgeht denn die schusswaffe hat das ist logisch was für den laserstrahl er hat irgendwas macht er auf jeden fall mal hinter diese dinge schießt gerade blitze da sollte man echt nicht tja er kehrt mich trotzdem getötet obwohl ich hinter den dingen war naja in der 374er mecknam ne 345 war es glaube ich äh ja 57 ja 57 keine ahnung zeit bis zur wiederbelebung 20 sekunden steht das echt wer schon cool wenn es der leute wer schon cool wenn da steht die andere leute spieler grauen liegt die ja gut die die bringt mich um zu war gewöhnlich daran kann ich ja auch sterben so ich habe mich angezogen los erschießt mich geht doch vernichten das nehme ich jetzt wieder ich werde sterben verdammt würde ich nur das würde ich nie sagen weil grauen noch klatsch ich lebe wieder ich lebe wieder tja die bringen mich um ja mein tier macht gerade suchen und retten gut dann versuche ich mal zum kommen hier auch okay 5, 4, 3, 2, 1 Achtung, weg Nein, nein Was ist das für ein Bullshit, ey Das ist Wallhacker, ey Das kann ja nicht wahr sein Was für ein Wallsheet Oh, nee Sagen wir, wenn wir uns mit der ersten Kugel einfach Und mit der zweiten Bär weg Ja, wo sind wir denn hier? Bei Counter Strike oder was? Boah Ja, die Arcade, kann auch durch Wände schießen Ja, scheint Scheinst du bis jetzt auch hin? Ja Ah, Mann, ey Wieso belebe ich euch in einem Lagen, da musste ich auch Wieso belebe ich euch dann eigentlich wieder? Was für einen Sinn hat es denn? Ja, dann mach das doch alleine Das wird interessant, wie lange du dann durchhältst Aua Ja, genau so sind wir auch draufgegangen Achso Das habt ihr verloren, weil die Dinger nicht nur gerade fliegen, sondern auch dann noch seitlich Das heißt, nicht direkt hinter den Kisten verstecken Ja, genau Und wie ihr seht, gehen wir auch mit der Zeit weg Was dann den Druck gar nicht hat wird Wie soll ich mir das denn vorstellen? Ja, freut mich auch Heißt das, wenn wir die Dinger ausweichen, oder wie? Ja, wenn das Ding einfach durch die Dinger durchfliegt Dann gibt es ja keine Möglichkeit, sich davor zu verstecken, ne? Hier müssen wir es dann nur weit genug weg Da heißt ja Alphard, ne? Ist das etwa der Alpha Alucard, oder was? Das ist Orion, der Alpharder Also Mario habe ich gleich wieder Ja, Namen sind verwirrend Oh, dein Viech ist tot Ja, ich ziehe mich erstmal ein Stück zurück Ist das ein Opossum, oder was? Ne, es ist ein Borstenrücken Achtung, er ist bei dir Ich warte erstmal ab, bis ich neuen Tiergefährten oder sowas habe Ich mache seine... Oh... Du bist doch nicht schon wieder tot Ja, doch Alter Ich habe gesehen, dass er die Blitzel macht Er hat gerade was gesagt dazu Und dann hat er mich damit getroffen und bin tot Das kann nicht wahr sein, ey Wozu benebe ich euch eigentlich wieder? Das ist doch... Dass ich es nochmal wieder benehmen kann Dann nehme ich jetzt Grauen in der Hoffnung Dass er ein bisschen intelligenter spielt als ihr Hallo? Ich hatte noch nie... Ich hatte noch nicht mehr... Ich habe noch nicht mal die Chance gehabt, intelligent zu spielen Jetzt werde ich auch noch... Jetzt kriege ich noch Rechte entzogen Na, kacke, ich habe meine Tiergefährten schon wieder verloren Au Das Schwein Piu, 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 piu Das ist das wahr Ja, 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 ja Komm, 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 komm Was? Ich habe mir mein Tiergefährten geklaut Der soll mich wieder benehmen Das steht und schaut zu, wie du stirbst Auch nicht schlecht So Ja, von hier hinten kann man so wenig erkennen Komm, 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 komm Nein! Was war das denn? Richtig Da hin Richtig angesaugt Wie ein Motor Das Benzin So Ich nur den nächsten Lenk du den mal ab Oder sowas Aua Was ist? Ich habe mich hochgeschleudert Er hat sich zu sich angezogen Und bist irgendwie abgeprallt Und haben wir hochgeflogen Ja, und dann nimmt er einen Sturz schon verreckt Und der Sturz hat mich eklig Das ist doch scheiße Die Möglichkeit war groß, was gegenzusetzen Wenn du tot wirst Das ist Cheaten, ey Ja, vor allen Dingen war das auch total unfair Da konnte ich mich noch nicht mal gegen wehren Ich konnte nicht mal anfangen zu gleiten Aber ich lasse mich jetzt einfach sterben Herr Grauen, du hast aber auch keine Ambitionen mehr gehabt, ne? Was war denn das bitte? Der Reset war ja interessant Okay, das war Tor Nummer 1 Hierher! Da habe ich mir so viel Mühe gegeben Und dann krepiert der einfach alle Links am Rand langlaufen Dann kannst du keinen pullen Know hier raus Ich achte mir schon immer noch was Von dir und du nicht so viel